Und das, worüber wir heute mit euch reden wollten, war über eine große Entscheidung, die ich vor kurzem getroffen und gestern auf Social Media geteilt habe. Es gibt bestimmte Schritte im Leben, die muss man einfach tun. Also da ist es nicht so, dass man so sagt, ja ich warte ab, bis sich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass wir einen Sinn finden müssen, sondern dass es einfach vielleicht darum geht, Dinge zu erleben. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Finn. Und du hörst Millionär Spirit. Wir sind Mutter und Sohn. Und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business. In unserem Podcast Millionär Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, dass du zuhörst. Herzlich Willkommen zu eurem Lieblings-Podcast. Millionär Spirit. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh mein Gott. Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens bis abends um 10. Wir haben uns halt entschieden dazu selber die Kisten zu packen und das nicht vom Umzugsunternehmen machen zu lassen, weil wir halt bei der Gelegenheit auch mal aussortieren wollten. Und dann wollten wir halt auch nicht so viel früher anfangen, weil ich halt das Gefühl hatte irgendwie, lieber bin ich dann eine Woche wirklich mit dem Fokus beim Umzug, als dass sich das dann so über drei Wochen zieht. Und man muss jetzt sagen, wir nehmen die Folge am Montag auf, wir sind am Mittwoch hier eingezogen und 99% sind fertig. Das Einzige, was eigentlich noch nicht fertig ist, die Bilder hängen noch nicht, aber ansonsten eigentlich wirklich alles fertig. Wir haben alle Kisten ausgepackt, wir haben alle Möbel, alles aufgebaut, alles steht richtig und die Möbel sind ja eigentlich alle von uns. Also in Zypern ist es normalerweise so, dass du die Häuser schon möbliert mietest, aber wir haben hier alles rausgeschmissen, alles neu und alles jetzt in ein paar Tagen. Außer die S-Ecke hier, die ist drin gewesen und die ist wunderschön. Ja und ich bin allerdings jemand, der ein bisschen anders vorgeht. Ich habe, Bücher habe ich schon vor Wochen angefangen einzupacken, weil ich habe da kein so ein gutes Gefühl, wenn ich das bis zum letzten Moment rausschiebe, weil ich einfach weiß, wie viel Zeug wir haben. Finn unterschätzt es immer. Er sagt immer so, ach, das ist ganz schnell eingepackt, aber wenn, also ich bin jetzt so oft umgezogen in den letzten Jahren, ich bin dauernd umgezogen in den letzten Jahren und ich weiß einfach, wie viel Zeug wir haben. Und also einen Tag, ich weiß noch, an dem Donnerstag, also an dem Mittwoch war es eigentlich dann, also es war anstrengend, aber das war noch relativ entspannt, weil das war halt einfach morgens im alten Haus kam dann das Umzugsteam, dann haben die da in zwei, drei Stunden das Haus leer gemacht. Die waren glaube ich zu sechst oder so, dann sind wir halt hier ins neue Haus gefahren, dann haben die hier wieder alles eingeräumt, aber dann ging es halt los. Am Donnerstag war dann natürlich die ganze Zeit Kisten auspacken, dann kamen alle möglichen Leute. Wir haben ja Möbel gekauft, die wurden geliefert, Internet kam, weil das hier noch nicht richtig funktioniert, Hausmeister kam, Haushälterin kam, Essen wurde geliefert, Amazon, also alle sind gekommen und dann hatten wir zwischendrin auch noch den Elysium Call und das war unfassbar. Also die haben sich wirklich die Klinke in die Hand gegeben und das, was aber echt interessant war, das war, dass es sich trotzdem total ausgegangen hat, das heißt, es hat sich super abgepasst immer alles, also es ging halt morgens ab halb neun los oder ab acht oder so, dass es das Telefon geklingelt hat und ja, wir kommen jetzt gleich und liefern und kaum waren die aus der Türe raus, hat schon der nächste geklingelt, teilweise wirklich, die Türe war nicht mal zu und dann kam schon der nächste. Ja, du hast immer einem gerade gesagt, was er jetzt machen soll und dann hat der nächste geklingelt. Und dann ging es schon weiter und das war schon krass, aber dadurch war es halt wirklich, Donnerstagabend war alles erledigt, ja und wir hatten noch einen Call dazwischen, also das war eben auch noch so interessant und der war richtig gut, es war ein total wichtiger Deeper Call noch. Ja und jetzt so am Wochenende konnten wir mal ein bisschen chillen und ein bisschen runterfahren und das neue Haus genießen, was sagst du zum neuen Haus? Ich liebe das neue Haus. Also ich muss wirklich sagen, das alte Haus, das war ja auch schon irgendwie sehr, sehr speziell und wenn ihr auf Social Media unsere Fotos gesehen habt oder auch noch seht aus den, die älteren Fotos, wenn ihr runterscrollt und so, da seht ihr, das war, ist ein beeindruckendes Haus, hat einen Architekturpreis bekommen und so. Mehrere glaube ich. Mehrere sogar und ich habe das immer wieder erlebt, dass mich Leute auf Instagram angeschrieben haben, die gesagt haben, dieses Haus und wirklich genau dieses habe ich auf dem Vision Board. Weil was ganz interessant ist, ist nämlich, dass Zypern, die machen, die Immobilienmakler, die machen das ganz gerne so, dass die ein Haus, was sie irgendwann mal im Programm hatten für Verkauf oder Vermietung, dass die das einfach auf der Internetseite lassen, wenn das sehr, sehr gut aussieht und wenn es gute Fotos gibt. Einfach aus dem Grund, weil die Leute fragen es an, Entschuldigung, dann können, dann können die nämlich zurückschreiben, können sagen, ah, ist leider gerade weg, aber ich hätte was anderes für sie und dann haben sie halt den Lied. Ja, das ist wie ein Liedmagnet sozusagen. Und unser Haus war ein solcher Liedmagnet, das heißt, ich habe immer wieder erlebt, dass die Leute gesagt haben, dieses Haus habe ich auf dem Vision Board. Also, und die Geschichte zu dem Haus ist ja auch sehr krass. Wir haben uns das ja manifestiert und zwar auf so eine sehr, sehr krasse Weise. Die haben wir auch noch nie erzählt. Sollen wir die kurz erzählen? Ja, mach ruhig. Wir haben das Haus angeguckt 2019, als wir das erste Haus hier auf der Insel gesucht haben. Also, die Jungs hatten ja 2018 sich Wohnungen genommen hier in so einem Komplex in Lanarka und als dann klar war, dass ich hier auch hinziehen werde, haben wir ein Haus gesucht. Und es ist, also die Immobiliensuche hier, das haben wir auch schon mal berichtet, das ist sehr, sehr schwierig, wenn du mit mitteleuropäischen Ansprüchen kommst. Und wir waren und sind nicht bereit, unsere Ansprüche runterzuschrauben, um ein paar Euro zu sparen quasi, ja, sondern wir haben aber dann, da kommst du ja erst im Laufe der Zeit dahinter. Also, am Anfang sagst du, okay, mein Budget ist, was weiß ich, 6.000 oder so. Dann stellst du fest, für 6.000 bekommst du Schimmelbuden, ja. Dann gehst du weiter hoch, dann sagst du, okay, meinetwegen 10.000, ja. Und dann kriegst du aber auch für 10.000, kriegst du in der Regel einfach viele Sachen dann ohne Heizung oder Sachen, wo du siehst, da ist übergepinselt worden, da platzt jeden Winter einfach der Putz ab und so, ne. Also, man kriegt ein Auge dafür. Wir haben viele Immobilien angeguckt und dann haben wir diese Immobilie gefunden. Wir haben die gesehen, wir haben die besichtigt. Die ist sehr, sehr ungewöhnlich gewesen, weil sie ja so viel Wasser hat, also auch im Haus, unten ist ja so eine Art Teich und so, ist in so einem balinesischen Stil gebaut und ist sehr, sehr groß, also annähernd 700 Quadratmeter. Und wir haben dieses Haus, wir wollten das Haus haben und wir hatten schon einen Termin, den Mietvertrag zu unterschreiben. Dann haben die uns den zugeschickt, auf Englisch, klar. Und dann haben wir ein Passus gefunden, wo drin stand, dass das Haus jederzeit besichtigt werden darf, weil die wollen es auch verkaufen. Das heißt, die haben sich irgendwie offenbar gedacht, ja, solange was noch nicht los sind und noch nicht verkauft haben, kann ja irgendein Dämmel da einziehen und die Miete bezahlen und dann latscht da jede Woche jemand zum Besichtigen durch. Und da waren wir nicht bereit zu, dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir was anderes. Und da hatten wir schon das erste Mal dieses Haus besichtigt. Dann haben wir im selben Ressort, wo dieses Haus stand, eine andere Villa angemietet für zwei Jahre, die auch wunder, wunder, wunderschön war. Ein ganz anderer Stil, so ein mediterraner Stil eher, mit einem Blick durch die Schlucht aufs Meer. Also wirklich beeindruckend, wenn ich dran denke, kriege ich sofort Gänsehaut, weil das ist so ein Vibe gewesen, das war unfassbar. Hatte aber auch kein Arbeitszimmer, hatte aber auch, war sonst ein sehr, sehr schönes Haus. Es war auch sehr, sehr groß. Ja, war auch sehr, sehr groß, super schön, aber von der Aufteilung her vielleicht… Ja, hätte man für unsere Ansprüche besser machen können. Genau, auf jeden Fall, der Finn ist immer joggen gegangen und ist so auf dieser Joggingstrecke dann auf der anderen Seite der Schlucht immer an diesem Haus vorbei, was wir als erstes besichtigt hatten und was wir eigentlich mal haben wollten, diese im balinesischen Stil, diese Villa. Und er sagte immer, ey, da wohnt keiner und ist immer noch zu verkaufen und so. Und dann haben wir nachgefragt und sie wollten es uns nicht geben. Sie haben gesagt, nee, es ist nicht zum Verkaufen und da wohnt jemand, aber da wohnte niemand. Dann bin ich da irgendwann mal hin und hab einfach mal echt mir die Nase an der Scheibe platt gedrückt und hab gesehen, innen drin, ey, Ameisenstraßen. Also irgendwie so, klar, du hast… Verwahrlost, ja. Ja, das war verwahrlost. Du hast gesehen, irgendjemand hat da sein Zeug stehen, da stand Golf Equipment und so stand da rum, aber die Person war offenbar seit Monaten nicht mehr da gewesen. Und dann haben wir nochmal gestochert und nachgefragt und dann hieß es plötzlich, ja, wir können die mieten. Aber eigentlich war die nicht im Markt. Und das haben wir uns so manifestiert und ich weiß noch, das war so krass, weil wir immer vorher gesagt haben, das wäre die Villa, die hat auch das Arbeitszimmer da oben und so. Und noch dichter am Meer dran und so cool und so weiter. Und so haben wir uns die manifestiert. Und das war jetzt echt eine wunderschöne Zeit da, aber wir haben halt gemerkt, jetzt in… Also da haben wir dann auch zwei Jahre gewohnt jetzt oder fast, dass wir nochmal was anderes wollen. Und eigentlich jetzt dieses Haus, in dem wir jetzt wohnen, seit ein paar Tagen, ist halt irgendwie… Also ich finde es viel, viel geiler. Das andere ist halt beeindruckend da, weil du halt diese… Also wir haben im Flur zwölf Meter hohe Decken gehabt, sieben Pools, überall Wasserfälle und so. Also das ist halt einfach irre gewesen, ja. Aber halt nicht so gemütlich. Das hier ist so richtig dieser mediterrane Traum. Es ist so wunderschön gemacht und so… Also ich habe hier das Gefühl, egal wo du hinschaust, es ist so… Ja, es erinnert so voll so 80er in Italien und dieser ganz besondere Sommervibe. Dieser unbeschwerte Sommervibe, wo man Langeweile haben kann, ohne die irgendwie zu betäuben mit Social Media oder so. Sondern dieser unbeschwerte Sommervibe, wenn man 16 Jahre alt ist und mit den Eltern im Urlaub oder so. Das ist der Vibe hier. Also es ist echt… Und die Lage ist halt unfassbar. Die Lage ist unfassbar. Das ist halt auch so geil. Wir haben, als wir hier eingezogen sind, zum aller, allerersten Mal, seitdem wir auf Zypern wohnen. Wir wohnen jetzt seit fünf Jahren hier. Vier, vier. Ich seit fünf. Ja, das stimmt. Du seit fünf. Zum allerersten Mal, Essen bestellt. Also es ging halt im Altenhaus gar nicht, weil es halt so weit draußen war. Und hier, wir sind halt mitten in der Stadt und trotzdem ist es so voll die Oase. Ja. Und der hat das, also eigentlich ja was, das Normalste der Welt, Essen zu bestellen. Aber das war hier für uns voll das Highlight, weil wir das halt fünf Jahre lang nicht konnten. Das heißt, wir haben erst mal drei Tage Essen bestellt. Wir haben halt hier alles vor der Tür, ja. Und es ist also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Sogar mein Lieblings-Spa ist wirklich nur fünf Minuten von hier. Ich war dann auch direkt mal drin. Die Jungs haben mir sofort einen Spa-Termin gebucht. Fand ich total süß. Standesgemäß, ja. Standesgemäß, ja. Und ja, es ist, das ist, also das ist wirklich, es ist beeindruckend, wenn du, wenn du vier Jahre lang, haben wir wirklich zum Einkaufen 20 Minuten gebraucht, ja. Und so schön wie das war. Also nicht zum Einkaufen, sondern um zum Einkaufen hinzukommen. Um zum Einkaufen hinzukommen. Also musst du 20 Minuten fahren und klar, so schön wie diese Lage da war und da ist es halt landschaftlich, das ist ja ein Traum, ja. Auf der Westseite der Insel, das ist ein Traum landschaftlich. Aber es war halt wirklich einfach zum nächsten Supermarkt fährst du 20 Minuten Auto. Und das ist so, es ist halt nicht praktisch im Alltag, ja. Wenn du irgendwas brauchst, du musst halt jedes Mal ist es fahren und ich fahre nicht gerne Auto. Ich bin früher, ich glaube, ich habe meinen, ich fahre gerne Autostunden, alle in dem Leben vor und im Online-Business verbraucht. Weil ich früher so viel Auto fahren musste. Kam mir immer vor wie so ein Kraftfahrer. Ja, und das ist jetzt unsere neue, unser neues Ding hier irgendwie. Ja, also ich bin mega, mega happy. Das ist wirklich ein, es ist wunderschön. Ja. Und es geht natürlich auch darum, einfach um bestimmte Sachen zu erleben. Und jetzt hatten wir das halt auch mal, in diesem Fünf-Sterne-Resort zu leben. Also ihr müsst euch das auch vorstellen, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Hotel gewesen. Also es war ein Hotel, also es war wie Leben im Hotel, ja. Also das heißt, wenn unsere Haushälterin, wir haben ja eine festangestellte Haushälterin, wenn die nicht, wenn die Urlaub hatte, dann konnten wir zum Beispiel einfach das Housekeeping anrufen. Dann sind die so mit sieben Leuten über die Villa hergefallen und anderthalb Stunden später war alles sauber. Gärtner, Poolboy. Gärtner, Poolboy, alles. Obwohl, das ist auf Zypern eh normal. Ja. Das haben wir jetzt hier natürlich auch, auch Hausmeister und so, also Personal hast du eigentlich immer. Aber da, das war irgendwie ein sehr spezieller Charakter. Also selbst wenn eine Glühbirne kaputt war, hast du einfach da angerufen und dann haben sie oder eine E-Mail. Das haben wir hier jetzt auch. Ja, eigentlich auch. Aber das ist halt da, also es war halt wirklich wie Wohnen im Hotel. Ja, ja. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit über die Häuser reden. Haben wir heute schon was? Schon eine Viertelstunde jetzt. Oh, oh, oh. Haben wir eigentlich was anderes Spannendes? Na, bevor wir jetzt darüber reden, sag mir doch mal, was war denn dein Erfolg der Woche überhaupt? Ach Gott. Bevor wir das hier übergeben. Ja, mein Erfolg der Woche. Also trotz Umzug und so weiter hat Experience bei uns wieder Zulauf bekommen. Dann hatten wir einen Mega-Call am Donnerstag und eben auch einen Tag nach Umzug. Das finde ich ist durchaus ein erwähnenswerter Erfolg der Woche. Und überhaupt der Umzug eigentlich. Jetzt habe ich schon wieder drei Sachen. Ja, jetzt, was habe ich denn jetzt noch? Also ich würde sagen, jetzt einfach das neue Haus. Also jetzt hier zu sein und also ich fühle mich so wohl. Mein Badezimmer, das ist der Wahnsinn. Ja. Also mein Badezimmer ist unvorstellbar. Das ist so krass. Also das ist wirklich viel, viel, viel krasser als im alten Haus. Da war es auch schon schön. Aber das ist jetzt hier wirklich wie eine Spa-Oase. Und dein, Mama hat ein Ankleidezimmer. Das Ankleidezimmer hat ungefähr die selbe oder knapp dieselbe Größe wie das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer ist schon nicht klein. Und ja, ich mag's. Also Mama hat da oben voll den Prinzessinnenpalast. Das ist wirklich irre. Ja, meine Schlafgemächer kann man eigentlich fast so sagen. Oder meinen persönlichen Bereich, den ich allerdings mit dem Kater teile. Sein persönlicher Bereich. Sein persönlicher Bereich. Sie liegt hier gerade zwischen uns. Nimmt auch mit Podcast auf. Ja, und das, worüber wir heute mit euch reden wollten, war über eine große Entscheidung, die ich vor kurzem getroffen und gestern auf Social Media geteilt habe. Das, also wann habe ich es denn entschieden? Vor anderthalb Monaten oder so? Im Mai. Ich weiß, dass ich im Mai kam ich aus Dublin und dann hatten wir eine Wohnungsbesichtigung. Ach, das ist ja schon so lange her. Ja, das ist so lange her. Oh, krass. Ja, also, das hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Das war Mitte Mai, als ich aus Dublin zurückkam. Okay, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, also, und das ist jetzt dann, dann ist es eine Weile in mir gereift. Dann habe ich die Entscheidung getroffen und gestern dann auf Instagram und Facebook gepostet, dass für mich ein ganz großer neuer Lebensabschnitt beginnt. Und darüber wollten wir heute mit euch ein bisschen quatschen, weil einige von euch wahrscheinlich den Post von mir gelesen haben. Und ja, dann ist jetzt vielleicht hier ein cooles Format, um da einfach mal so ein paar mehr Infos zu droppen. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich mal die Story erzähle, wie das überhaupt so kam. Also, als wir noch im alten Haus waren, weil eigentlich das hängt ja jetzt alles miteinander zusammen. Wir waren im alten Haus und wir haben gespürt, wir wünschen uns vom Vibe her wieder ein bisschen mehr Großstadt. Also, das war alles super geil in diesem Resort und so, aber wie die Mama eben schon erzählt hat, halt auch einfach sehr ruhig. Also, die Fahrt zum Supermarkt ist das eine, aber halt, um irgendwie mal in einen fancy Café zu kommen, dann auch eine halbe Stunde, 40 Minuten zu fahren, das hat halt einfach für uns nicht mehr so gepasst. Und wir haben uns gewünscht, irgendwie mehr in einer coolen Stadt zu wohnen. Und dann hatten wir so die Vorstellung davon, dass wir gesagt haben, hey, das wäre doch eine coole Idee, wenn man so einen ganz modernen Tower hat, wo irgendwie zwei Wohnungen übereinander sind. Also, du hast irgendwie, also irgendwie vielleicht, also zwei große Wohnungen direkt nebeneinander oder übereinander. Und in der einen wohnt dann die Mama und in der anderen ich und jeder hat seinen Space, aber man kann sich auch die ganze Zeit treffen und so. Und man hat halt einfach dann da auch dieses, hier gibt es halt viel so moderne Tower, wo das halt dann ist, wie in so einem Hotel zu wohnen, wo du dann auch einen Gym drin hast, einen Spa, Pool, sowas halt alles. Und halt mega modern und schön gemacht. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und es gibt halt wirklich, also es gibt sehr, sehr wenig. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, wo man eigentlich direkt wusste, okay, das ist viel zu klein oder das ist zu weit draußen oder das ist uns nicht schön genug oder das ist uns zu teuer oder whatever, ja. Und dann hatten wir ein Angebot bekommen von einem Makler, der meinte, hey, ich habe was, das könnte für euch passen. Und da wir aber schon so viel besichtigt hatten, haben wir dann gesagt, hey, pass auf, geh doch mal rein und nehm uns mal eine Roomtour auf, einfach ein Video mit dem iPhone, schick uns das mal zu und dann entscheiden wir, ob wir das anschauen wollen oder nicht. Und dann hat er uns diese Videos aufgenommen und es hat uns so geflasht, weil es so krass aussah. Also es ist halt im 20. Stock, erste Reihe vom Meer, du stehst auf diesem Balkon, alles, was du siehst, ist Meer, alles ist blau, wunderschön, weißer Marmor-Böden, ganz modern, ist glaube ich erst vor einem Jahr fertig geworden. 250 Quadratmeter pro Wohnung und also einfach echt... Erstbezug. Ja, mega, mega geil. Und genau, die Küche war noch nicht mal drin und so, das war wirklich ganz, ganz neu, ja. Ja, genau. Und es war noch nicht mal auf dem Markt, ja. Und für beide Wohnungen zusammen wären es, glaube ich, irgendwie so 22.000 oder 24.000 Euro Monatsmiete gewesen, wo wir schon so gedacht haben, oh, okay, krass, aber gut, okay, next level, ja. Dann haben wir gesagt, ja, okay, wollen wir uns anschauen. Mama war aber vorher noch in Dublin, war dann eine Weile weg und dann kam sie wieder und dann hatten wir halt diese Besichtigung und ich habe mich die ganze Zeit so sehr drauf gefreut. Ich habe davon geträumt schon, also wirklich nachts im Traum hatte ich dieses Bild von diesen Wohnungen und dieser Lifestyle und einfach aus der Tür unten zu fallen und direkt vor den coolsten Cafés und Beachclubs zu stehen und so, das fand ich total geil. Und dann sind wir halt zu diesem Termin hin und haben uns diese Wohnungen angeschaut und eigentlich war relativ schnell klar, dass die von der Fläche her einfach, also für die Mama wäre es zu klein. Für mich würde es gehen, aber dann stand ich da drin und dann war da halt einer dabei von dem Tower, also irgendwie auch so eine Art Hausmeister, der Makler, die Mama und wir standen alle in dieser ultra krassen Wohnung im 20. Stock. Ich habe über die ganze Stadt geschaut, aufs Meer und es war so ein ganz komisches Gefühl, weil ich, natürlich, das war wunderschön und ich hätte nur Ja sagen müssen und dann wäre es meins gewesen. Ich hätte einfach nur zusagen müssen und das Geld war ja überhaupt nicht das Thema, weil wir auch vorher schon gewohnt waren, solche Mieten zu zahlen und so. Das war irgendwie ganz komisch. Ich habe das Ja nicht über die Lippen bekommen. Und ich weiß noch, es gab so ein paar Sachen, wo ich mich einfach vorher daran gewöhnt hatte, durch diese Riesenhäuser, in denen wir immer gewohnt haben, die du natürlich halt in so einer Wohnung nicht hast, ja. Also irgendwie eine große Waschküche, dass du die Wäsche nicht im Flur stehen hast und sowas alles, ne. Und das war halt so Kleinkram, aber irgendwie so vom Komplettgefühl, das war wunderschön, aber nicht perfekt. Und dann habe ich zum Makler gesagt, okay, pass auf, ich weiß, du brauchst schnell eine Antwort, aber gib uns mal den Nachmittag noch, dass wir mal reinfühlen können. Und direkt unten in diesem Tower war ein italienisches Restaurant. Und dann haben wir uns halt von allen verabschiedet und haben gesagt, okay, pass auf, wir setzen uns mal unten zum Italiener, haben Lunch, trinken ein Glas Wein, schauen mal aufs Meer und überlegen mal, was wir jetzt machen. Und dann haben wir halt da gesessen und so über die Wohnung geredet, über die Vor- und über die Nachteile, über das Haus, was wir vielleicht vermissen würden und so. Und plötzlich ist mir das wie so ein Geistesblitz durch den Kopf geschossen und ich habe zur Mama gesagt, ey, wenn wir den Findus jetzt nicht hätten, also unseren Kater, würde ich sagen, lass einfach alles einpacken und auf Weltreise gehen. Und dann hat die Mama gesagt, ja, du könntest das ja machen. Und dann dachte ich mir so, ähm, ja, stimmt, aber funktioniert das so einfach? Also, das entscheide ich ja jetzt nicht hier bei einem Glas Wein beim Italiener in drei Minuten, ja. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, mit meinem Dad, mit meinem Bruder, mit Freunden, habe denen das erzählt und was mich total gewundert hat, war, dass es nicht eine Person gab, die irgendwie meinte, spinnst du, das kannst du nicht machen. Nicht eine Person hat zu mir gesagt, oder hat irgendwas negativ. Alle waren, ja, let's go, mach das doch. Und ich dachte mir so, hä, hat eigentlich keiner von euch irgendwie mal einen Grund, dass ich es nicht machen sollte? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wie wird es denn aussehen? Ich habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren und da können wir ja auch gleich mal noch drüber reden, was ich dann da so gefunden habe. Aber dann habe ich gemerkt, dass aus diesem Geist, des Blitz, wurde sowas wie so ein Calling für mich, also wie so ein Ruf, dass das jetzt dran ist. Dass das jetzt eine, wie, wie, das ist jetzt nicht mal irgendwie eine Entscheidung für mich, sondern für uns alle. Also auch für die Leute, die so in unserem Universum sind. Und einfach, weil ich das Gefühl habe, das macht jetzt so einen neuen Raum auf. Und natürlich, ich liebe Zypern total, ähm, ich finde es total schön, ganz viel, also wir verbringen ja auch super viel Zeit miteinander und so. Dann habe ich halt einfach, aber ich war dann gar nicht mehr in dem Gründe suchen, warum ich es nicht machen sollte, sondern einfach Lösungen finden für das, was Probleme sein könnten. Also zum Beispiel dieses Thema mit Zeitverschiebung oder mit, wie nehmen wir dann einen Podcast auf und alles sowas. Da können wir gleich auch noch drüber reden. Aber, ähm, auf jeden Fall wurde es dann für mich immer, immer klarer. Ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen, der war eigentlich auch total on, oder nicht nur eigentlich, der war direkt on fire. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, fuck it, ähm, wir machen das jetzt einfach. Und dann wusste ich aber, okay, jetzt erstmal, weil parallel haben wir dann auch hier das Haus noch gefunden und so. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt erstmal noch den Umzug hier rüber bringen, den Sommer noch auf Zypern verbringen. Und dann hatte ich aber trotzdem dann vor zwei Wochen, wo ich so gemerkt habe, Moment mal, jetzt erstmal umziehen und hier noch alles fertig machen und so, alles schön und gut. Nur auf der anderen Seite, der Sinn ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass ich das jetzt so lange rauszögere, bis man dann wieder irgendwie eine Ausrede findet und sagt, ja gut, okay, jetzt ist der Flug, den man eigentlich nehmen wollte, ausgebucht. Jetzt gibt es nur noch so komische Verbindungen. Oder dass man irgendwie sagt, naja, gut, okay, jetzt kann man auch noch ein bisschen warten. Oder jetzt muss man das noch fertig machen. Oder, ah, jetzt kam gerade eine Anfrage für Event XY, jetzt muss man nochmal nach Deutschland, bla bla bla. Und ich wollte es irgendwie für mich einfach fix haben. Und dann habe ich letzte Woche gesagt, ja, okay, ich buche jetzt einfach die Hinflüge zum ersten Ziel. Ähm, und ich habe die Flüge gebucht, das ist alles fertig gemacht. Und ich habe gedacht, das hört sich jetzt so einfach an. Es war aber so, soll ich wirklich? Ja, ich, wirklich, ja, also so kenne ich mich gar nicht. Aber für mich ist das so ein Riesenschritt. Und also für mich, ich weiß, das ist jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Und ich saß da mit der Mama und ich, soll ich das jetzt buchen? Ja, mach das doch jetzt. Bist du sicher? Ja, mach das doch. Ja, und dann habe ich das halt, dann habe ich es halt gemacht. Und dann habe ich halt einen Post dazu geschrieben und das gestern veröffentlicht. Und das war wirklich so crazy, da muss ich echt mal Danke an euch alle sagen. Ich habe die süßesten, tollsten, nettesten, wundervollsten Nachrichten ever bekommen. So viel Zuspruch, aber auch so viele Tipps und also auch so viele, die sich einfach so gefreut haben darauf, weil ich halt total Bock habe, das alles zu dokumentieren und ganz viel halt zu teilen von dieser großen Erfahrung oder von den Erfahrungen, die da auf mich warten. Und einfach diese ganzen Nachrichten gestern, das hat mich echt total berührt. Ja, wunder, wunderschön. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich freue mich super für dich. Und ja, es wird einfach eine tolle Zeit werden. Ich bin 100 Prozent sicher. Und ich glaube, das ist eben auch so wichtig, darüber mal zu sprechen, worum es eigentlich geht, wenn wir im Leben hier sind. Ich habe ganz interessant irgendwie eine sehr flüchtige Bekannte von mir, die auch hier auf Zypern ist. Sie hat die Tage einen Artikel auf LinkedIn geschrieben. Das fand ich sehr interessant, dass sie nach dem Sinn ihres Lebens sucht und dass sie den mal hatte früher und dass sie den aber irgendwie verloren hatte und eigentlich seit Jahren sucht. Und ich habe drunter geschrieben, Ja, aber vielleicht ist es ja gar nicht so, dass wir einen Sinn finden müssen, sondern dass es einfach vielleicht darum geht, Dinge zu erleben. Vielleicht geht es darum, in unserem irdischen Dasein einfach viele Erlebnisse zu sammeln, Eindrücke zu sammeln, Gefühle zu fühlen und gar nicht zwingend darum, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und ich denke halt, wenn du auf Reisen gehst, hast du halt eine wirklich gute Gelegenheit, sehr viel dich auszuprobieren, viele Erlebnisse zu sammeln und Eindrücke und Dinge, die etwas mit dir machen und Unvergesslichkeit. Also der Witz ist, darum geht es mir eigentlich gar nicht so. Ah. Also mir geht es gar nicht so darum, neue Eindrücke zu sammeln oder so. Ich habe gar nicht das Bedürfnis danach, dass ich das brauche. Also ich fühle, habe, ich glaube, bei vielen entsteht das halt, weil die so eine Leere fühlen und das wieder füllen wollen und merken, dass es Zeit für einen krassen Schritt ist und dann machen sie halt sowas, ja. Das habe ich ja gar nicht. Also bei mir ist ja alles geil. Ja, ja, ich weiß. Aber ich glaube, das, was mich so ruft, ist halt dieses zu zeigen und zu demonstrieren, dass alles möglich ist und diese Energien zu sammeln. Also diese ganzen Energien, die man unterwegs haben wird, weil ich meine, Zypern ist halt oft sehr calming und sehr erdend, sehr ruhig so vom Vibe her. Und ich freue mich einfach total drauf, an Orte zu reisen, wo das ganz anders ist. Also wo du das ganz anders wahrnimmst und wo eine ganz andere Energie herrscht und das dann aufzunehmen und zu verarbeiten. Da freue ich mich sehr drauf. Gar nicht, weil ich das brauche, sondern einfach, weil ich denke, ach, das könnte mal ganz cool sein. Also ich meinte das eben auch nicht so, dass du das brauchst oder so, sondern ich meinte das genau so, wie du das jetzt gesagt hast. Nämlich einfach das zu erleben. Also es gibt hier so viel. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie, keine Ahnung, den Grand Canyon sehen will oder so. Also das habe ich jetzt gar nicht, dass ich denke, oh, ich will die Welt sehen. Null. Also habe ich einfach nicht. Aber ich freue mich einfach auf diese komplette Erfahrung und so. Und ich meine, ich werde ja auch nicht das ganze Jahr über immer weg sein, sondern so, ich schätze mal, sechs bis acht Monate. Ich meine, jetzt gerade jedes neue Haus, jetzt freue ich mich auch total, gerade hier zu sein. Ich schätze mal, es würde immer so sein, dass ich drei Monate weg bin oder so und dann mal wieder ein paar Wochen hier. Und ich fand es ganz spannend, weil als ich dann angefangen habe, mich halt so zu informieren, ich weiß noch genau an dem Nachmittag, wir kamen vom Italiener, sind nach Hause gefahren, da habe ich einfach mal bei YouTube so geguckt. Und alles, was du findest, ist so, dreht sich darum, wie du diese Erfahrungen so billig wie möglich machen kannst, wo es die günstigsten Hostels gibt, wie du die billigsten Flüge finden kannst, wie du dich günstig ernähren kannst, was die günstigsten Länder sind, halt alles so. Wo ich so dachte, Moment mal, also das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich will überhaupt kein digitaler Nomade sein. Also da rollen sich mir die Fußnägel auf. Da habe ich, also ich glaube, überhaupt null Bock drauf. Auch nicht mit dem Rucksack irgendwo hin oder dann irgendwie gucken, dass man das alles so einfach wie möglich hält oder so. Weil ich das Gefühl habe, also ganz, ganz viel von unserem Erfolg macht aus, dass wir uns in krasse Geldenergien begeben, dass wir Next Level Entscheidungen treffen, dass wir uns unterstützen lassen, eben von Hausmeistern, Haushälterinnen, also so auch im Privaten, dass da einfach alles gemacht ist, dass wir unsere Wäsche nicht selber waschen, unser Bett nicht selber machen müssen und so einfach, dass wir den Fokus auf den Sachen haben können, die kreieren und uns nicht um irgendeinen Quatsch kümmern müssen oder um darum, wo kann man jetzt heute Nacht am günstigsten übernachten oder was ist jetzt der billigste Reiseort oder so. Da dachte ich im ersten Moment, als ich das alles gesehen habe, so boah, also das will ich auf gar keinen Fall. Und natürlich, weil das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, die meinten ja, aber es gibt ja Leute, die auch luxuriös um die Welt reisen. Wo ich so dachte, ja, die gibt's und ich kenne auch welche, aber gar nicht mein Vibe. Also, das ist dann auch immer in irgendeine Richtung gedeckelt. Also, auch mit ganz viel Limitierung teilweise verbunden. Oder dann zum Beispiel, dass das so, auf, dann sind das Leute, die das irgendwie, versucht der Findus hier den Sessel hochzukommen. Der, ich schieb mal von hinten an. Ja, der, der Kater ist ja schon 15, der kann nicht mehr so gut irgendwo hochhüpfen. Machen die Hüften nicht mehr mit. Hat ein bisschen Hüfte. Ähm, jetzt schaut er hier so süß über den Tisch. Aber es sind dann auch irgendwie, vielleicht dann Leute, die machen das alleine. Oder, Leute, das sind dann irgendwie, Frauen jetzt vielleicht in deinem Alter, mit denen ich mich jetzt nicht so gut identifizieren kann, oder so. Und irgendwie, ich hab das Gefühl, also jemand, der das auf die Art und Weise macht, wie ich das richtig geil finde, den gibt's einfach nicht. Also, ich kenn's nicht. Ich hab's nicht gesehen, ja. Und wo ich das, oder auch im deutschsprachigen Raum, dann ist es auch wieder viel weniger. Und wo ich das Gefühl habe, da mach ich einfach, oder da machen wir, ähm, einfach jetzt gerade einen komplett neuen Raum auf, wo es so wirklich um dieses, hey, alles ist möglich. Und, wenn du, das auf die krasseste Art und Weise machen willst, dann kannst du es auf die krasseste Art und Weise machen. Weil, viele, die haben ja den Traum von so einer Reise, oder davon, die Welt zu sehen und so. Und dann schauen sie aber halt nicht nach den Chancen, und nach dem, was wäre wenn, sondern halt nur, was ist möglich, im Rahmen meiner Möglichkeiten? Was ist jetzt, wenn ich ein Jahr lang spare? Ähm, wie kann ich Economy mit drei Zwischenstops dann irgendwo in den Dschungel fliegen, wo ich von drei Euro am Tag leben kann? Also, das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich will. Genau das Gegenteil von dem, was ich da machen will. Und ich will das auf dem krassesten Level machen, auf der, auf die geilste, ästhetischste, spaßigste, glücklichste Art und Weise, mit so viel Leichtigkeit. ähm, ich hab das Gefühl, dass einfach nur dadurch, dass ich diese Erfahrungen mache, und das alles teile, für ganz viele, ein ganz großer Raum geöffnet wird, die merken so, wow, vielleicht geht doch noch ein bisschen mehr, als das, was ich immer dachte. Und das ist halt so verrückt, weil, ähm, wenn man über so etwas nachdenkt, ich meine, so etwas kann eine ganz, ganz tolle, wundervolle, krasse Erfahrung sein, so eine Reise zu machen, oder solche Reisen zu machen. Und, ähm, es ist halt so, und das finde ich das Verrückte, ähm, alles ist ja so angepasst auf das Durchschnittliche, auf das Kleine bis Durchschnittliche. Also wenn wir gucken, wenn du jetzt irgendwie nach Reisen online schaust, oder so, dann ist es halt so, in so einem bestimmten Budgetbereich, wo man so sagen muss, ja, das kann halt jemand, der so durchschnittlich, ähm, 14 Tage im Jahr in seinen Urlaub fährt, der kann das eben wuppen. Und, nichts davon ist krass, sondern es ist alles so sehr, sehr durchschnittlich. Oder eben auch für junge Leute, dann oft eben in diesem Spass, Jahrmodus oder so. Und alles scheint irgendwie vom Geld abzuhängen. Alles scheint irgendwie durchs Geld beeinflusst zu sein. Und es scheint gar nicht darum zu gehen, zu gucken, wie kann ich mir das schönste Erlebnis zu kreieren, sondern es geht viel mehr darum, wie kann ich irgendwie das Beste rausholen aus dem, was ich an Geld habe. und der Gedanke geht ja in eine völlig falsche Richtung dabei. Weil, wenn du wenig hast, verbringst du im schlimmsten Fall irgendwo eine Zeit, wo du feststellst, eigentlich ist es schlechter als zu Hause und, ähm, du guckst, wo du dann auch noch billig essen gehen kannst und bekommst dann dafür auch noch ein miesen, ein mieses Essen. Und das finde ich im Grunde genommen so traurig, wenn ich mir das überlege, dass alles davon so abhängig ist. Dabei wäre es so viel leichter, umzudenken und völlig anders zu kreieren. Obwohl man ja auch, also das muss man jetzt mal dazu sagen, es geht ja jetzt gar nicht darum, das zu verurteilen. Also das, ähm, also dieses Thema Rucksack-Tourismus, ja, das ist ja, also habe ich auch schon gemacht und das war eine mega krasse Erfahrung, nur es ist halt viel geiler, wenn du das machst, weil du jetzt Bock drauf hast und nicht, weil du es halt machen musst, weil du dir halt das Fünf-Sterne-Hotel nicht leisten kannst. Also mir, also das ist halt ein Riesenunterschied, finde ich. Mir geht es nicht darum, das zu verurteilen, mir geht es darum, zu sagen, ich finde es traurig, dass Menschen sich keine Wahlfreiheit schaffen. Und ich selber habe eine meiner, oder zwei meiner beeindruckendsten Reisen in meinem Leben eben auch mit einem sehr begrenzten Budget gemacht und trotzdem sind die für immer in mir drin und ich werde die Details nie vergessen und ich hatte Momente, die kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Also wenn du in Nevada unter dem Wüstenhimmel nachts unter den Sternen sitzt und du sitzt, siehst Millionen von Sternen und ich habe damals eine sehr, sehr krasse, auch Entscheidung für mein Leben gefällt, damals habe ich entschieden, vom Theater wegzugehen. das ist etwas, da kommt es nicht mehr darauf an, was hast du für Geld oder so, sondern da geht es darum, was erlebst du gerade in diesem Moment und das ist schon auch mit dem Rucksack möglich, ist überhaupt gar keine Frage. Das, was ich schade finde, ist, und ich verurteile es nicht, sondern ich finde es schade, weil ich selber habe ja auch so gelebt, ganz lange, ist, wenn man die Wahlfreiheit nicht hat, weil man es nicht weiß, dass man eigentlich wählen kann. Und was ich so witzig finde, ist ja, dass es ganz häufig, zumindest bei den Selbstständigen, so ist, dass wir so viel verdienen, wie wir ausgeben. Und wenn wir jetzt das Budget erhöhen würden, würden wir halt mehr verdienen als vorher, aber auch wieder so viel, wie wir ausgeben. Also ich glaube, dass viele, also es macht halt einfach, wenn du die Energie, die viele reinstecken in das, wie kriege ich es so günstig wie möglich, wo kann ich sparen, wenn man einfach genau den gleichen Fokus, genau die gleiche Energie investieren würde in, wie kann ich denn mehr kreieren, wird halt plötzlich viel, viel mehr möglich. Weil die Zeit, die ich reinstecke, ist vielleicht die gleiche, aber da war ich schon immer so. Ich habe ja nie irgendwie groß überlegt, ja okay, wo, also irgendwie, selbst wenn es darum geht, irgendeine Software zu abonnieren, okay, nimmt man jetzt das Kleine oder das Große oder gibt es vielleicht irgendwo einen Code, mit dem man das günstiger kriegt oder eine Alternative, die kostenlos ist, scheiß drauf. Also dann kostet es jetzt 50 Euro im Monat, aber dann funktioniert es. Aber selbst wenn es nur 10 Minuten sind, wenn ich in den 10 Minuten einen geilen Post schreibe, gewinne ich drei Kunden. Ja, also das ist halt einfach, ich glaube, dass viele halt da den Fokus an der falschen Stelle gesetzt haben, weil ihnen halt immer erzählt wurde, das ist halt so das Normal und ich glaube halt vielleicht dann auch gerade bei diesem Thema Selbstständigkeit, Reisen und so, dann noch schwieriger, weil man halt schon das Gefühl hat, aus dem Hamsterrad ausgebrochen zu sein, weil du halt Dinge machst, die andere nie für möglich halten würden, wie eine Reise oder wie dir deine Arbeitszeit selber einzuteilen oder so. Nur auf der anderen Seite bist du halt trotzdem immer noch voll in diesem Rad, dass du halt für alles, was du willst, irgendwie dann wieder was kreieren musst, für mit dem, was du hast, dann gucken musst, was möglich ist und so. Also voll limitiert und irgendwie so kleines Spiel, wo ich immer gemerkt habe, okay, da habe ich keinen Bock drauf und ich glaube, dass auch ganz viele andere merken, dass die da keinen Bock drauf haben, aber halt nur noch nicht wissen, wie es denn anders aussehen würde, weshalb ich es umso wichtiger finde, dass ich das jetzt mache. Und das ist es halt, man kann da einen völlig neuen Raum aufmachen eigentlich, wenn man über so etwas spricht, darf man im selben Zug auch über die eigenen Gedanken zum Thema Geld nachdenken, darf man über Glaubenssätze nachdenken, die man zum Thema Geld hat, über Limitierungen nachdenken, darf man genau hinschauen, wo bin ich immer noch in so einem Denken gefangen, was mir eigentlich sagt, so weit darfst du gehen und nicht weiter. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, da einfach nur, um die Erfahrung zu machen, auch mal diesen Raum völlig zu öffnen. Und das bedeutet nicht, dass man nicht zelten darf, das bedeutet nicht, dass man nicht die Wahl treffen darf für etwas Günstiges, sondern das bedeutet, man öffnet mal den Raum vollständig, um Wahl überhaupt zu haben. Weil wenn du limitiert bist, hast du keine Wahl. Auch wenn du dir das einredest, auch wenn du sagst, ja, ich kann ja zwischen A und B wählen, aber du kannst nicht zwischen A und Z wählen, sondern du wählst halt dann zwischen zwei günstigen Alternativen oder vielleicht noch etwas mehr oder so, aber auch da ist wieder der Deckel drauf. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird, wenn ihr das macht, weil, ja, also, es geht ja darum, das bestmögliche Gefühl für sich selber zu kreieren und das, das größtmöglichste Erlebnis für sich zu kreieren, was in dem Moment möglich ist, ja. Ja, also das ist halt, ich merke, das ist so das, worum es mir geht, einfach diesen, diesen Vibe zu haben. Ich nehme, also, das ist mehr ein neuer Lebensabschnitt als eine Riesenveränderung, habe ich das Gefühl, weil ich ja auch so, vielleicht das können wir mal eben machen. Ich meine, ich habe auf Insta ein paar Fragen gestellt bekommen. Könntest du mir mal rüberschicken, dann kann ich die vorlesen. Magst du die vorlesen? Ja. Aber müsstest du mir schicken, habe ich noch nicht. Und ich habe mal ein paar rausgesucht, die am häufigsten kamen. Kommt's? Ja. Und vielleicht, dann können wir mal eben auf die eingehen. Wahrscheinlich für den einen oder anderen ganz interessant. Aber dann lest nicht den Namen mit vor, ja. Nee, ich lese nur einfach die Frage vor. Wie lange geht eure Reise? Das wurde ich jetzt auch, also wurde ich ganz oft gefragt und ich habe keine Ahnung. Also, jetzt nicht bis zum Rest meines Lebens, mit Sicherheit, ja. Aber das ist ja eh, also, im September wird's losgehen. Also in, ja, etwas unter zwei Monaten. Und, ähm, dann werde ich ja auf jeden Fall Weihnachten wieder hier sein, ja. Und dann wahrscheinlich im Januar wieder los. Und, also es wird immer so Etappen geben und dann ist man mal da und mal da. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wir machen das jetzt ein Jahr und sind ein Jahr lang weg, sondern wir kommen immer wieder her, sind auch mal in Deutschland, einfach halt viel unterwegs, ja. Ist jetzt nicht dieses klassische, okay, heute ist Stichtag und jetzt sind wir ein Jahr weg oder für zwei Jahre weg. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie lange das dann so geht. Also so lange, wie wir Bock drauf haben. Und auch da finde ich das halt so cool, dass wir auch, also so komplett frei wählen. Gar nichts irgendwie jetzt vorher groß entscheiden oder uns überlegen, ähm, da sind, dann sind wir da, dann sind wir da. Ähm, sondern einfach, äh, unterwegs, allen Impulsen folgen und halt auch immer wieder hier sind. Also es ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, ne. Ich will nicht nur unterwegs sein. Mir ist es ganz wichtig, hier diese Basis zu haben. Ich hatte auch gar keine Lust, mein ganzes Zeug jetzt irgendwie einzulagern oder irgendwas, ja. Also es liegt mir so fern, es ist schon komisch, es drüber zu reden, ja. Ähm, aber dieses, hier halt die Basis zu haben, ähm, auch Zeit hier zu verbringen, aber darüber hinaus halt dann viel unterwegs zu sein, ähm, das, da habe ich jetzt erstmal Bock drauf. Ist ja auch, ähm, eine Limitierung zu sagen, eine Weltreise muss so oder so gestaltet sein. Ja. Ja. Okay, nächste. Wie wird die Route aussehen? Ach so, ja, also wissen wir auch noch gar nicht, ja. Also jetzt, wir haben jetzt mal die Hinflüge zum, ähm, ersten Ziel, ähm, und dann schauen wir mal. Also, ähm, ich weiß auf jeden Fall halt jetzt natürlich, wo wir dieses Jahr noch so ungefähr sein werden. Ähm, ich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich total Bock drauf habe, also viel USA, Hawaii, ähm, Asien, ähm, aber auch Europa, klar, aber es gibt jetzt kein da sind wir dann und im Februar sind wir da, sondern einfach wirklich so komplett, wie man lustig ist. Und natürlich macht es Sinn, halt, wenn man dann einen längeren Flug hat und man dann jetzt irgendwie zum Beispiel nach, ähm, New York fliegt, dann halt irgendwie auch ein bisschen USA zu machen und nicht dann direkt wieder nach Thailand und, ähm, dann wieder in die USA oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend, aber, ähm, mir ist es halt auch ganz wichtig, an den einzelnen Orten so lange zu sein, dass du da gescheite Routinen aufrechterhalten kannst. Also wenn du halt irgendwo nur ein paar Tage bist oder zwei Wochen oder so, dann ist es halt ganz leicht zu sagen, ah, okay, jetzt lohnt es sich nicht für die zwei Wochen jetzt ein Gym zu suchen oder jetzt lohnt es sich nicht für die zwei Wochen irgendwie, ähm, hier Kontakte zu machen oder whatever, ja. Also mir ist es ganz wichtig, dass das halt, ähm, immer auch eine längere Zeit an den Orten selber ist, damit man halt irgendwie so seine Routine aufrechterhalten kann und so, dass das alles weiterhin funktioniert und dann einfach gucken, wie, wo wir gerade Bock drauf haben. Ich bin halt jemand, also ich brauche Sonne und Wärme und so und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade hier so im Januar, Februar, März, wenn es auf Zypern ein bisschen öselig ist, dass man dann, äh, irgendwo hingeht, wo es dann ein schönes Wetter hat. Das gibt's ja. Das gibt's ja. Eine Kundin von uns hat gefragt, werden wir dich trotzdem in den Calls dabei haben? So cool, jetzt bereits viel Spaß. Also ganz, ganz, ganz wichtig und wurde jetzt auch öfter gefragt, natürlich. Also das ist nicht irgendwie, ich bin jetzt aus der Welt oder irgendwas. Auf jeden Fall, es pro Karis war eine Schlagzeile. Auf gar keinen Fall, ja. Also ich spüre, das ist für uns erst der Anfang und wir wollen alles noch viel größer, noch viel krasser und, also, wir haben eh erst ein Prozent von dem, was wir haben wollen und, also, für euch als Kunden oder irgendwie, es wird sich für euch gar nichts verändern, ja. Kann sein, dass mal ein Call irgendwie eine Stunde früher oder später ist, dass ich da dann vielleicht nicht nachts um drei sitze oder so, je nachdem, wo ich bin. Aber, ähm, ich bin natürlich, ich bin in allen Programmen dabei, überall, ja. Also ich werde auch mit Mama ganz normal, alles, was wir bis jetzt irgendwie am Abendessen und Tisch besprochen haben, werden wir weiterhin machen über Online-Meetings und so, also, ich bin nicht aus der Welt, also ich bin einfach nur an einem anderen Ort, aber, so, es ist ja auch, Daniel ist ja auch den aller, allergrößten Teil seiner Zeit in Deutschland und trotzdem ist er in den Calls dabei und, ähm, halt im Unternehmen drin, also es funktioniert einfach sehr, sehr gut und, ähm, ich möchte auf gar keinen Fall, dass das irgendwie jetzt so ein Schritt raus ist oder so, also überhaupt nicht. Für mich ist das jetzt eher ein noch größer, noch geiler, noch deeper und, ähm, werde auch von unterwegs halt einfach ganz, ganz viel Zeit weiterhin in Pro Charisma stecken. Also es wird, da wird sich, glaube ich, gar nichts verändern, ja. Wann geht es los, ist die nächste Frage und macht ihr euren Podcast dann von unterwegs? Ähm, also wann es losgeht, habe ich ja schon gesagt, im September, ähm, und dann wahrscheinlich halt erst mal so bis Mitte Dezember irgendwie, dass ich halt dann vor Weihnachtszeit werde ich wahrscheinlich in Deutschland sein und Weihnachten dann auf Zypern. Ähm, und der Podcast, der wird auch ganz normal weiterlaufen, ist uns auch total wichtig. Es wird halt dann nur so sein, dass wir nicht mehr an einem Tisch sitzen, sondern halt irgendwie wir über Zoom quatschen und nebendran läuft die Kamera und ich werde halt regelmäßig andere Locations haben. Aber, ähm, ich werde einen kompletten Koffer dabei haben, zum Beispiel nur mit Setup, ja. Also nur mit Stativen und Licht und Kameras und Mikrofon und hier und, also das ganze, ganz klare Radar, den man halt so, oder den wir so brauchen. Ähm, das nehme ich alles mit und das habe ich immer mit dabei. Ich will auch nicht, dass irgendwie Qualität nachlässt oder irgendwas, ich will das immer noch weiterhin auf die krassesten Level bringen und, ähm, dass das alles halt einfach mega, mega cool ist. Und natürlich wird weiterhin jede Woche eine Podcast-Folge kommen, ähm, nur halt dann so, dass wir nicht mehr an einem Tisch sitzen, sondern halt einfach dann über Zoom quatschen oder so. Aber dann halt trotzdem auch noch in guter Video-Qualität und guter Ton-Qualität. Also das ist mir mega, mega wichtig gewesen. Deshalb, also wirklich, ich habe einen kompletten Koffer nur für Setup und Zigarren. Auch das, also, äh, da hätte ich jetzt auch überhaupt null Bock drauf, irgendwie zu sagen, ja, okay, äh, dann, äh, höre ich auf Zigarre zu rauchen oder meinen Hobbys höre ich auf den nachzugehen oder so, nur weil ich jetzt unterwegs bin. Nee, also pack das alles ein, nehm alles mit, ähm, und so, deshalb wird das schon alleine, deshalb gar nicht funktionieren in irgendeinem Rucksack in irgendwelche Hostels. Ich habe das Gefühl, das wird eher wie bei irgendeinem, äh, Musiker, der eine Welttournee hat und dann so eine ganze Entourage, die da mit hinterher kommt. Und natürlich, Mama wird ja auch immer wieder, ähm, also werden uns ja immer wieder treffen. Also wenn ich irgendwo mal eine längere Zeit bin, wird die Mama auch mal rumkommen und dann werden wir da natürlich auch Content produzieren, Podcasts aufnehmen und so weiter. Also das haben wir auch alles geplant, ja. Ja, das war die letzte Frage. Ich habe ganz viele bekommen, aber das waren jetzt so die häufigsten, die am häufigsten gestellt wurden, wo ich dachte, die kann man mal hier im Podcast reinpacken. Weil mir, auch gerade das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das halt alle wisst, dass das nicht irgendwie bedeutet, der ist jetzt außer Welt oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird noch viel, viel mehr Content halt einfach auch geben, auch viel mehr so, weil ich Bock habe, das alles zu dokumentieren. Ich weiß noch nicht, in welchem Format, ob das jetzt Vlogs werden oder irgendwie einfach mehr Storys dazu oder so. Mal schauen. Aber, ja. Und vielleicht eine Anmerkung noch für all diejenigen unter euch, die auch immer schon mal so überlegt haben, ob sowas möglich ist oder so. Ich glaube, es gibt bestimmte Schritte im Leben, die muss man einfach tun. Also die, da ist es nicht so, dass man so sagt, ja, ich warte ab, bis sich die Gelegenheit ergibt. Also schwanger werden ist eine, eine Weltreise zu machen ist der nächste, ja. Es gibt bestimmte Dinge, auswandern auch, ja. Also wenn, wenn du, manche Sachen, wenn du spürst, das willst du in deinem Leben haben, warte nicht drauf, dass ein günstiger Augenblick kommt, weil den wird es so nicht geben. Es gibt nicht den günstigsten Augenblick, sondern du musst dir das schaffen, das musst du dir erschaffen, ja. Und da musst du einfach losgehen und darauf vertrauen, dass die Wege beim Gehen entstehen. Und das ist einfach so im Leben. Die Wege entstehen beim Gehen und nicht, indem man irgendwie darauf wartet, dass ein günstiger Moment kommt. Ja, sehr schöne Abschlussworte. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher gehört habt. Sehr spannende Folge. Nächste Woche geht's weiter. Genau. Und aktuell könnt ihr gerade noch die Infinity Masterclass buchen. Und The Mirror. Wo es ganz viel genau um dieses Thema Größe geht, also in seine eigene Größe zu wachsen, ein volles Potenzial auszuschöpfen und zu der Person zu werden, die halt eben dieses krasse Leben kreiert. Geht sowohl in Infinity als auch in The Mirror drum. Wir haben euch mal für beides die Links in die Shownotes gepackt. Und Infinity ist halt gerade mega geil, weil ihr könnt da gerade für 77 statt für 555 dazukommen. Jetzt aber wirklich nur noch für ganz kurze Zeit. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet gerne den Podcast, teilt ihn auf Social Media und schaltet nächste Woche wieder ein. Vielen Dank nochmal für eure ganzen lieben Nachrichten. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Bin so dankbar, dass ihr in unserem Universum seid. Es macht so viel Spaß mit euch. Das ist alles erst der Anfang. Es wird mega, mega crazy. Habt eine wundervolle Woche. Wir haben euch total lieb. Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.